hit the road jack don't you come back no more no more no more no more hit the road jack don't you come back 1 hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead by daylight ey guck mal wer ist hier mit dem mit dem werkzeugkasten ey da ist der yugi und der seppi und der yugi hallo 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 wir sind hier mit dem juli und wir sind bei wolf is friends da ist ne kiste und der geist ist irgendein random so bei mir fängt grundweise irgendwie an zu lecken habt ihr gewusst dass bevor das quicktime event beginnt immer ein kurzes geräuschfeuer kommt darauf kann sich konzentrieren ja das habe ich nie gecheckt das ist ein geräusch und dann da kommt das quicktime event so interessant ist das so der monster ist der geist der geist habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen er kommt er kommt er kommt der ist hinter mir her ich habe einen generator fertig scheiße ich nicht ich habe den geist am arsch ja juli du kannst gerade er ist gerade bei mir gewesen jetzt sind wir natürlich alle der versteht hat mich er hat dich aber er kann mich hat dich einmal erwischt oder was denn da der geist ist irgendwo in meiner nähe ich schleich hier so am scherze adu besser an mich getrunken hat gewischt er hat gewischt er muss immer durch die fenster springen macht sich wieder unsichtbar scheiß ok ein hacken haben sie disponiert wo lauft ihr rum lauft ihr in der mitte irgendwo rum oder wo seid ihr hallo mike ich bin gerade mit irgendein von euch hier in der halle ja ich war in der halle ok dann versuche ich auch in die halle zu kommen alter lauf doch ich bin weg schnell muss man laufen wir müssen ja noch drei wir sind wirklich ernst ich wünsche ich hätte in der tue einen werkzeugkasten gefunden ich habe einen werkzeugkasten äh quatsch ein erster hilfekaset ihr habt so einen schiebigen werkzeugkasten gefunden leck mich doch da bastelt einer an einem äh warum leckt ich glaube ich steig mal meinen router neu wer bist du baby ok nur mach mir keinen fehler ich geh mal zum hangar zum generator hinterm hangar ich muss kurz geheilt werden generator hinterm hangar in der mitte der hangar oder was meinst du das ne 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 oh hi oh scheiße ehrlich da ganz hinten bist du jetzt seh ich dich ok jetzt sind es noch zwei wir müssen in dem haus hier sebi ja hier ist noch einer ne mitte ihr müsst mich holen er hängt auf in der nähe vom hangar der schuppen ok der hängt wir holen nicht gleich ne 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 nicht gleich jetzt schnell immer ni hat ich noch ein bisschen zeit hast is från Und er kämmt hier. Der rennt hier zwischen den Steinen rum. Aber er ist unsichtbar. Wenn ihr euch beeilt... Ja. Jetzt ist er nicht mehr unsichtbar. Ist er weg? Nee, er steht jetzt direkt vor mir. Scheiße! Ey, Sebi macht doch keinen Scheiß da. Glaub ich nicht. Jetzt ist er wieder unsichtbar und kommt in eure Richtung. Okay. Und jetzt rennt schnell zu mir und holt's hier runter. Ja, ich hol dich. Okay, der ist bei mir irgendwo. Oh. Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Und dann rennen wir in den Hangar rein und dann heilst du mich. Und jetzt nicht mehr laufen. Nur noch gehen, okay. So, komm hier rein und heil mich. Und, ja. Debbie komm auch mal in den Hangar. Wieso ich? Nein. Weil du musst auch geheilt werden. Du musst definitiv geheilt werden. Okay. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, Leute. Ja, 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 chill. Danke. So, jetzt schnell den einen Generator fertig machen. Der ist nämlich fast fertig. Der war in der anderen Richtung, ne? Der war in der anderen Richtung, ne? Der ist ja auch noch Leute. Du bist da, okay. Scheiße, scheiße, der ist irgendwo hier in der Nähe. Ich geh doch hier, aber... Ich hab ja noch einen Generator gefunden. Ja, Juli, mach fertig. Ja, der läuft grad. Irgendwer wird verfolgt. Comeback kann sein, oder? Ja, ja, ich werd nicht verfolgt. Ich suche einen Ausgang. Falls er genau fertig ist, er mich schon mal aufmachen kann. Ich bin schon dran, den letzten, gell? Ja, alles klar, Servi. Ich mach auch grad einen. Ich hab auch schon einen Ausgang gefunden. Das heißt, wenn er jetzt einen fertig kriegt, mach ich einen Ausgang auch. Ja, ja, mach. Scheiße, der ist bei mir in der Nähe. Einer wurde ab. Mach fertig. Abby, wie weit bist du? Gleich fertig. Scheiße, der ist bei mir in der Nähe. Jetzt. Der hat sich schon abgehauen. Nee, nee. Ach so, nee, nee. Comeback hängt noch. Scheiße, er ist bei mir. Scheiße, der Arschloch. So, ein Ausgang ist offen. Ich versuch mal Comeback zu holen. Ich auch. Boah. Glück gehabt. Fuck. Der Arschloch. Der Arschloch ist bei mir. Lauf, Servi. Was denkst du? Was ist denn Wacke? In der Nähe vom Hangar. Oh nice, Jogi. Komm, hier hinterher. Hier. Hier hinterher. Da ist der Ausgang. Der kommt. Ja. Der ist uns in unserer Nähe. Da hinten ist der Ausgang. Ach ne, der ist zu. Na gut, machen wir den. Er hat mich verfolgt, aber er hat mich verloren. So, beide Ausgänge sind offen. Jetzt raus. Jogi, noch nicht flüchten. Erstmal spielen hier. Wenn halt nochmal bisschen spielen. Warte. Hallo. Okay, jetzt raus. Ich bin auch raus. Ich bin auch raus. Ich bin auch raus. Ja. Ja, ich auch. Scheiße. Du hast, du hast. Ja. Raus. Bist du auch getämpft? Ja, er hat mich einmal gehittet. Ja, mich auch. So, wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.